Hallo und willkommen zum Experimental Let's Play in der 1.0 von 7 Days to Die mit Jule zusammen. Hallo. Guten Tag. Na, wie geht es Ihnen? Gut, ich bin ein bisschen krocki, aber erstaunlicherweise geht es mir gut. Sieht auch gut aus. Naja. Guck nur nicht in die Kamera. Achso, ach da oben ist dein Kopf. Okay, alles klar. Gut, ähm, also willkommen zurück in 7 Days to Die, jetzt in dem richtigen Let's Play zur Version 1.0. Nachdem wir ja die ersten paar Folgen, die ersten vier Folgen am Streamer-Wochenende aufgenommen haben. Und, äh, ja, dass auch nur so ein bisschen hin und her und rumgedümpelt war, haben wir jetzt nach, äh, nach unserem Urlaub beschlossen, na, dass wir, äh, doch noch eine, eine neue Karte anfangen in der Experimental-Version. Ja. Und, äh, uns dann auch ein bisschen was anderes suchen, weil die Experimental wird ja vermutlich mal, ja, vier Wochen, vielleicht sogar sechs Wochen laufen. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir hier alles so machen können. Was muss ich hier noch machen? Ich brauche noch Pflanzenfasern, ne? Gut, dann holen wir uns hier Pflanzenfasern für unser Tutorial. Und, äh, wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. Ja, den da. So, wir machen uns die Stein-Axt. Ja, und wie Jule schon sagte eben, wir sind ein wenig, äh, groggy. Wir sind nämlich heute aus dem Urlaub zurückgekommen. Mhm. Und Jule ist neun Stunden am Stück Auto gefahren. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also wir sind, äh, gegen halb zehn los und, äh, ungefähr neunzehn Uhr waren wir da. Also es waren etwas mehr als neun Stunden Autofahrt. Aber wir sind relativ gut durchgekommen. Ja. Also Stau hatten wir. Keinen. Eigentlich gar nicht, nur so Stocken im Verkehr hatten wir mal, ja. Ja, und das Navi hat uns dann irgendwie auch direkt über die Alpen geschickt. Ja. Was sich dann, ja, das hat sich natürlich gezogen, weil du kannst ja nicht langbrettern. Und zwar wirklich direkt über die Alpen. Also praktisch so den Berg hoch und wieder Berg runter. Ja. Und, ähm, positiv war, da ist irgendwie kaum mehr da langgefahren. Auf der Gegenspur schon. Das war auch nur ein Spruch. Das ist so ne mega geile Aussicht. Das war, wow. Ja. Wirklich cool. Ja, die Aussicht war cool. Also du machst ja noch einen Vlog. Wir haben ja noch ein bisschen gefilmt mit der Insta. Ja, ein bisschen, ja. Was ist das hier denn für ein POI? Den hab ich ja noch nie gesehen. Das ist so ein, ach, da hinten? Der ist auf jeden Fall neu. Da, wo das Fahrzeug davor steht. Ja, ja, genau. Ja, das ist so wie so ein Shelter in den Dings, ne? Ja, also ich muss mal grad noch in den Video-Optionen was gucken. Qualität, Bewegungsunschärfe, aus, bitte. Also bei dem Steinachs, okay, also Steinachs sammeln von, also ich muss jetzt das machen, ja, harvest zehn Holz und kleine Steine. Die Steine sammeln geht nicht, aber mit der Steinachs draufhauen, das zählt für die Quest. Aber das ist doch dasselbe. Na gut, offensichtlich nicht. Also ich baue die einfach hier in den Felsen ab. So, dann machen wir uns mal hier das primitive Outfit. Ja, mach ich jetzt auch grad so schnell. Ich brauch schon einen Honig. Wie hast du das jetzt eigentlich eingestellt, das Spiel? Das steht jetzt noch auf normal. Also auf Adventurer oder was das ist. Also nix schwieriges. Ich wollte es dann irgendwann im Laufe der Folgen schwerer einstellen, irgendwann. Ja, okay. So, ich habe das, 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 einen Bogen. Oh, hier liegt ja, hier liegt ja, hier liegt ja, Dingsbums, eine Leiche. Können wir ein Knochenmesser herstellen, das ist ja schön. Nochmal. So, hier war da auch noch irgendwo ein Nest. Nur zwei Federn drin, das ist aber wenig. Ich habe vier Punkte. So, wir wollten diesmal uns ein bisschen anders orientieren mit der Skillung, ja? Äh, das heißt ein bisschen anders, wieso, inwiefern? Wegen Intellenz und wagemutiger Abenteurer, wegen Ingenieur und ich wollte machen Chefkoch wegen Essen und... Das können wir gerne tun, ja. Das würde ich ganz gern machen und ich würde gerne in Stärke reinballern. Okay, habe ich, ich habe jetzt auch gut geballert, ja. Meinst, sollen wir uns, sollen wir uns mal das Ding da angucken da vorne? Das ist ja hier so ein Wildnis-POI. Ja, ja, da geht, ach, das ist so ein Turm. Hä, das sieht aus wie bei Mist-Survival, guck mal. Ja, das ist so ein, das ist so ein Ausguck-Turm. So, sieht aus wie so ein Feuer-Aussichtsturm. Hier gibt es in Amerika im Wald relativ viele. Ich habe sogar zwei Honische schon gefunden. Honische? Ich gucke nochmal schnell, ob ich alles anhabe, was ich habe. Ja, ich habe alles an und ich brauche natürlich noch was zum Klöppeln. Das wäre toll. Äh, äh, ich bin gerade los. Da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Oh, jetzt klappt das auch mit den Federn hier. Nachdem ich den Geier hier vom Himmel geholt habe. Sehr schön. Ach ja, und Schlagsack bastle ich mir auch schon mal. Damit ich den Notfall jetzt ganz schnell hinschmeißen kann. So, äh, Panik. Ja. Hier, ich komme mal mit hoch. Du bist ja schon oben, ne? Na klar. Nucleur. Nucleur, mein Rohr. Ah ja, wer ist denn da aufgewacht? Da. Franz. Franz und Brigitte. Ah, ein Helm fehlt ja noch, Spatzel. Ja, ich weiß. Oh, scheiße. Der braucht doch ewig, bis er wieder hier oben ist, ey. Hallo? Hm. Hallo? Mist. Okay, ist down, ist down. Ja, warte, ich mache mir mal gerade noch hier, äh. Mach dir mal ein Hütchen. Ja, ja. Äh, wie wird das Ding geschrieben? Wie heißt das? Einfach bei Klamotten draufklicken. Du kannst noch nicht viel machen. Ach so, stimmt. Dann kannst du da einmal durchmachen. Ja, genau, stimmt. Dann machen wir hier die Handschuhe. Ey, da ist ein Kochtopf drin. Kapuze. Und die Stiefel. Die Stiefel. Ja, Stiefel. Einfach nur Sandalen. Ja, sind Römer Rennsandalen. So, siehst du mal. Römer Svensandalen. Guck mal hier. Da hatte ich mal wieder eine gute Idee. Und schon haben wir einen Kochtopf. Ja, nice. Da hatte ich doch mal wieder eine richtig gute Idee. Bei Homecooking-Dinger. Ja, ich habe auch eins gefunden. Kannst du direkt lesen, wenn du magst. Gegrillter Mais, gebackene Kartoffel. Römer Räner Schaftmod kann ich bauen. Bedeutung. Vorsicht hinter uns. Oh, oh. Okay. Er lebt noch. Danke. steht noch ein bisschen loot drin schön stoff fetzen ein bisschen munition gefechte in der stadt einmal hühnchensuppe ich mach mal die kräfte links ja glücklicher sammler habe ich noch ein gespielt primitiver bogenstiefel 2 baue ich direkt auch einen machen wir schon mal einen schlafsack bitteschön wo ist denn den jetzt so schnell her ich habe ein buch gefunden habe das gelesen das ist direkt freigeschaltet ja sekunde ich musste die kamera noch meist brot goldruten tee freigeschaltet geilo du kannst weitergehen kann man sich doch nicht beschweren auf jeden Fall noch irgendwas auf dem dach aber egal was ist denn das da ist das ein vogelnest oder ist das sind das pilze pilze wären auch super ich glaube das ist ein vogelnest ja das ist ein vogelnest von ganz oben sah das aus wie ein pilz erstmal cool aber cooler cooler p p o i ja ein cooler p o i für ein start mega hat sich schon mal gelohnt ne ja auf jeden fall so jetzt ist die frage in welche richtung gehen wir denn im süden da ist nämlich quest im süden ist quest aber ich muss mal in das challenge system reingucken achso was habe ich denn hier hand animals ja ok ich lade schon mal meinen bogen durch jetzt ruhig einen neuen habe hat er ja kein pfeil mehr aufgelegt sicher ist sicher ja so wo ist denn der händler da süden ok alles klar na dann auf nach süden wa chlor ich schlücke auch schon mal hier chrysanthemen für dich ich schlücke dir einen strauß gürtelrosen ja super goldruten tee wäre besser weil chrysanthemen kann ich noch nicht basteln ist egal dann haben wir so ja du hast ein geier am arsch hängen weißt du das eigentlich nö ich höre nix das ist ja schön aber der fliegt über dir hier rum siehst du denn nicht wie kann es denn sein dass du denn das hörst keine ahnung was ist jetzt mit dem weiß ich auch nicht so genau wo fliegt er denn hin vielleicht hast du käse mauken und der ist geflüchtet weil du stinkst wer ich käse mauken ich hab nie käse mauken komm wieder ne ha ha und wie oha ja alter keine ahnung vielleicht war hier flugverbotszone oder so was weißt du nicht kein plan wieso der weggeflogen ist hä hab ich jetzt noch nen bogen gebaut oh cool du hast ja schon einen richtig ich hab schon nen bogen ja da hab ich noch einen gebaut jule hat den bogen raus hab ich eigentlich auch so nen hässlichen helm an ja es gibt nur den Groot ich bin Groot ich bin Groot ich bin Groot du bist Groot du bist Groot ich bin Groot ne gut also ich schluck dir goldroten Tee dann bist du glücklich guck mal da vorne ist ganz viel goldrote hier hinter Karl und Otto Karl und Otto mhm das ist ein riesen Stein okay der sieht aber ziemlich cool aus würdest du vielleicht mal mit auf die Zombies kämpfen oder so oder muss ich das jetzt alles immer allein machen äh ich bin schon da ich mein ja nur das ist ja schon kaputt oh brauchen wir noch nen Kopf? nein schade sei denn du möchtest ihn irgendwie in einem Einmachglas ausstellen oder so aufspießen als abschreckendes Beispiel für andere Zombies ich spieß dich gleich auf das Filter können die ja nicht lesen aber vielleicht können sie den Kopf erkennen von ihrem Best Buddy so guck mal da vorne gibt es wieder Goldrouten Weitlich laufen ist immer noch schneller ey so krass ich dachte gerade dass da wäre eine Kartoffel aber nein es war nur eine Baumwolle hier gibt es Kohle 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 bis man die abgebaut hat mit der Billo Steinachs das ist aller Tage Abend ey äh ein bisschen Holz noch einsammeln dann können wir uns da wenn wir beim Händler waren eine vernünftige Unterkunft suchen und nicht so eine Kaffeebude wie in den letzten vier Folgen ja erstmal war es okay ja aber das war halt doof dass da oben diese halben Blöcke drauf waren da war ja alles am schweben ey ja natürlich ist das blöde kam mir vor wie ein Ownchiff Enterprise ey alles schwebt um einen rum ey ja gut hab was geklärt ja schwebte aber du brauchst ja erstmal irgendwas um deine Sachen zu lernen und weiter laufen zu können von daher jetzt so oder so weiter ziehen müssen ja aber du musst ja nicht um links schweben dann such was anderes ja ich such ja schon mein Gott chill deine Nisse Junge ich chill ich bin total entspannt hast du die Frau im roten Kleid gesehen? hä? das ist aus Matrix wo ich gerade Chantalle im roten Kleid gesehen habe ach so ja Chantalle im roten Kleid gesehen Chantalle im roten Kleid Chantalle im roten Kleid höchst interessant oh ja der da hat auch was rotes an aber es ist nicht Chantalle nicht Chantalle? ne ist nicht Chantalle ne ist nicht Chantalle hm na gut hey racked alte Socke mal wieder ja der ist ja immer im grünen Biom gibt ja keinen anderen Händler hier geh direkt rein und nehmen die Quest an für die Schaufel Schaufel die musst du ja auch machen die musst du ja auch selber annehmen ja i know i know i know ich muss erstmal ne Schaufel bauen das schaufeln kann noch gar nichts was ich ihm verkaufen könnte außer ein bisschen Messing Plastik du lootest den Händler ja das ist das erste was ich mache bevor ich überhaupt mit dem Quatsch ja dann loote du den Händler und ich suche mal ne Bude ok irgendwas der Hoffnung dass wir irgendein schönes Zuhause finden guck mal hier sind die Leitplanken auch schön blitzeblank ja das weiß jetzt keiner warum du das erwähnst erzähl mal warum erwähnst du das also wir sind heute aus dem Urlaub zurückgefahren und sind in Südtirol auf der Autobahn und dann ist uns aufgefallen dass die Leitplanken da total verrostet sind also die sind nicht nur so ein bisschen verrostet sondern die sind von Anfang bis Ende rostbraun da ist nix silbernes mehr dran und da haben wir dann so gesagt so also irgendwie bei uns sind die Leitplanken die glänzen doch bei uns die sind doch viel schöner also ich glaube echt ich glaube die Italiener die ballern da einfach nur Eisen dran unbehandelt das ist bei denen die Leitplanke bei uns ist das ja so verzinkter Stahl oder verzinktes Eisen also ja das sah echt übel aus also das sah ekelhafter aus ja so habe ich die jetzt nicht getroffen ey gibt's doch nicht ok steht nochmal auf ey was? machst du kaputt? so jetzt nicht mehr gut kannst du aber nicht looten ne? ui eh hoch mit dir was ist das denn hier? shotgun weekly das lese ich jetzt mal oh ja so das ist schon mal ein stufe 3 haus hier das wäre stufe 1 hier da hat noch eine kleine nette garage da hat noch eine kleine nette garage aber das ist alles aus holz das ist ja doof ja das ist aber auch ja da vorne ist baustelle danke dankeschön ich hab level 2 Ja, GZ. Und ich habe gerade Kürbiskerne gefunden. So, dann setzen wir mal einen hier in den Ingenieur. Und einen in den Mechaniker. Da brauchen wir aber hier Level 2. Machen wir den Mechaniker noch hier. Und dann gehen wir auf Stärke. Dann haben wir direkt einen auf Bergarbeitermeister. So, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes finden. Müssen wir mal schauen hier auf die Karte. Auf die Karte. Ich gehe mal weiter nach Süden. Willst du sparen? Kommen Sie mal raus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist doch eine schöne Bude hier. Warum bin ich denn jetzt auch so im Hügel? Bin mir nur nicht so ganz sicher, ob man... Ob das nicht eine Stufe zu schwer ist, einzunehmen hier. Oh, schon wieder ein Fertigkeitspunkt. Dankeschön. Oh, bitte. Was ist denn das hier für eine Bude? Stufe 2. Oh, das ist doch machbar. Aber da müsstest du mir eventuell ein bisschen helfen hier. Ich bin sofort bei dir. Ich eile. 166 Meter da lang. Okay. Moment. Also die sieht ganz nett aus. Die müsste man halt noch ein bisschen aufwerten. Ah, das ist ein Questhaus. Warte mal. Ne, das ist doof. Das ist ein Questgebäude, das hier. Gut, ich eile nicht. Ja, eilen musst du sowieso nicht. Aber ich wusste nicht, dass es das Questgebäude hier ist. Oh. Im Flug. Abgekloppt hier. Oh. 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 This was is not. Okay. Im Polizeiauto. Sieht schon wieder wie eine Cola-Büchse. Ja, das stimmt. Zischen tun sie ganz gut. Hm. Sie zischen wie Cola-Dosen. Wo ist eigentlich mal eine tolle Schaufel? Die mega-super-duper-Schaufel. Hm. Hm. Äh, das kann mal... Äh, weg. Weg. Hm. Die Wader-Porki schon. Die Briefkästen sind offen. Ja, aber auch nur bei den Briefkästen, ne? Okay. Oh, ich hab einen Blaubeersamen... Äh, Heidelbeersamen gefunden. Oh, cool. Nice. Rittung. Hm. Oh, dein Fahrzeugware aber auch schon. Wie süß. Oh, voll daneben geklopft. Oh, daneben geschlagen, ey. Was? Da kannst du sagen, was du willst, aber das ist doch original eine Cola-Büchse, die so zischt. Ja, es ist jetzt gelesen. Lies doch bitte mal dieses Buch. Danke. So, Shazan Farming. Oh, was ist denn das hier für ne Bude? Hm. Stein und Gammel ist falsch. Geilo. Oh, cool. Ich habe noch einen Kochtopf gefunden. Nice. Mann, oh Mann, oh Mann, ey, das ist aber auch eine zerbrochene, äh, sorry, zerdepperte Bude, das hier. Langsam kriege ich Hunger. Wo rennt die denn hier rum? Ja, ich habe was zu essen, aber ich bin ultra langsam. Ich brauche langsam was zum Ausladen. Hier ist ein Badezimmer, aber hier gibt es kein Klo drin. Interessant. Ausgesprengt. Wahrscheinlich. Vielleicht ist das Bad draußen, äh, das Klo. Ja, muss halt in den Garten gehen. Deswegen ist die Miete zu billig. Ja. Holzknüppelstufe 2 freigeschaltet. Kartoffel. Arthofel? Ja. Geilo. Aber, gibt es denn hier sonst noch was? Äh, ich habe keinen Platz mehr. Weiße. Sieht das nicht so aus. Ich könnte einen Holzknüppel bauen, aber ich habe keinen Platz mehr, um ihn zu bauen. Nicht schlimm. Okay. Da vorne ist ein Kaninchen. Direkt mal mitnehmen, das olle Vieh hier. Wo hast du denn jetzt hin? Der Bauarbeiter. Dort kann ich dir nicht sagen. Ach, da ist er. Oh, hier, neues Auto. Green Service Truck. Klebeband drin. Ich bin mal hin. Ach, warte, ich bin so schlecht im Schießen. Guck mal, ja, ja. Okay. Wie sieht's denn aus? Hab noch nix. Kann dir einen Wohnwagen anbieten? Mir wäre egal was. Von mir ist auch auf dem Auto. Hauptsache wir, äh, ich muss ausladen. Ich bin brechend voll. Ich habe coole Sachen gefunden. Ich könnte gerne was bauen. Ich muss was zu Trinken herstellen. Äh, ich muss nochmal zurücklatschen. Ich muss nochmal nach dem Norden laufen. Hier ist auch nix. Die sind nur so kleine Häuser hier. Seidem wir sagen, wir gehen in so eine Bude rein. Ja, erst mal. Aber ich glaube im Norden. Nee, ich habe noch. Ich habe noch. Alles gut. Ja. Beziehungsweise. Das wird halt Nahrung, Wasser. Da ist ich das jetzt. So. Guck mal, da vorne kommt doch Industriegedönse. Da sehe ich doch schon irgendwie so ein Diner oder so. Irgendwas ist doch da hinten schon. Aber wir brauchen ja irgendwie, keine Ahnung. Sollte halt schon irgendwie ein bisschen was halten, ne? Ja, also ich rechne eher damit, dass wir jetzt irgendwo kurz uns ausladen, das ganz kurz als Base benutzen und, äh, Tag 5 oder 6 umziehen und das ist gut. So würde ich jetzt agieren und spielen. Okay. Dass man erstmal einen größeren Radius hat und vor allen Dingen Sachen suchen und looten kann, das als Zwischenbase benutzt und, äh, ja, gut ist, ne? Also, ich würde da jetzt gar nicht so den Uffriss machen, weil wir bauen entweder sowieso neu oder, ähm, wir suchen uns dann ganz in Ruhe was anderes. Hier ist was los, ey. Was ist du denn? Hier ist so ein Pass and Gas, hier ist ein Kaffee. Das könnte ganz cool sein, hier, das Ding hier. Oh, ja, wir nehmen das Kaffee. Das hat Zehntausender Wände. Wow. Okay. Ja, Dells Kaffee. Krasses Ding, ey. Dell. Ähm. Das uneinnehmbare Kaffee, Kaffee, Ford, Ford Kaffee. Oh, Vehicle Adventure. Boop, boop. Nochmal Vehicle Adventure. Wir haben bald ein Auto. Wenn's so weitergeht, haben wir bald ein Auto, ja. So. So, vor der Base haben wir mal ein Auto. Ja, genau, ja, es wird noch fehlen, ich mach mal 30 von den Baublöcken hier und, äh, pflaster die mal hier, pflaster mich mal hier hoch irgendwo, ich glaub, ich mach mal hier an der Seite oder so. Oh, hier, lass sie einfach mal hier hoch bauen. So, hier kann man doch schon relativ gut drauf bauen. Und hier oben auch. Das geht doch einigermaßen hier. Schick. So, dann schmeiß ich jetzt mal meinen Schlafsack hier oben hin. Hier außen ist eine Leiter, die müssen wir halt wegkloppen. Und sind drin noch welche? Ja, ich war noch nicht drin, wir müssen gleich noch reingehen. Aber lass doch erstmal gerade hier oben eine Kiste hinstellen. Oh ja, gute Idee. Holzaufbewahrungskiste, ich mach mal, ich mach direkt mal 10 Stück von den Dingern. Warum eigentlich nicht? Das Doofe ist, ich hab keinen Platz mehr, um Holzblöcke zu bauen und hochzufrayen. Okay, ich geh mal die Leiter hoch. Da ist ja ne Leiter. Genau, geh einfach die Leiter hoch. Ist gut. Danke, dass ich die Leiter dran gelassen. Ja, gut, ne? Ja, ist tipptopp. Und? Ja, okay, das passt. Ach, Gott sei Dank. So. Ich schmeiß jetzt erstmal alles mögliche da rein. Ich sortiere gleich. Jo. Und baue auch gleich ein... Heuerchen. Natürlich braucht es Holz, ja? Mhm. Ich spinne blind. Mach hier mal ne Bücherkiste hin. Was ist das? Ich hab auch schon hier, guck mal, fancy Pfeile für dich. Oh, geil, Eisenpfeile. Das ist ja sehr nice. Ja, ne? Mhm. Direkt gefunden. Ach so. Da bist du gerade dran. Ja, sorry, sorry. Nö, alles gut. Ich mach mal hier ganz links noch ne Händlerkiste. Darf man auch nicht bauen, ne? Nö. Aber die Station brauche ich noch drei Bücher, dann könnte ich was basteln. Ja, okay. Ach so. Ach so. Teile hab ich hier noch. Dann könnte ich eine Smide bauen. Ja. 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 Wär mal schon hinkriegen. So, was mach ich jetzt für den ganzen Rest hier? Sollen wir das auch schon alles da einsortieren? Noch mehr Kisten bauen. Ich mach noch zehn von den Kisten. Ach so, hier stehen jetzt Pilze drauf auf einmal. Okay. Oh, entschuldigung. Ja. Ja, ne, konnte ich ja nicht wissen. Äh, warte mal. Naja, das geht aber noch. Ist kein Problem. Machen wir das so. Hier nehm ich mir mal mit. Ich hab auch Pflastersteine hergestellt. Die sind hier auch in der Kiste. Okay. Weißt du, welche brauchst? Nö, nö. Eisen. Eisen. Ich brauch das Ei. Na. Ähm. Eisen und Stahl. Wupp. Mach da auch mal den Kochtopf mit bei, ne? Ja. Ja, ja. Alles gut. Das ist echt gut, dass man direkt hier die Kisten jetzt machen kann, ne? Ich find das auch viel einfacher. Ich muss mal kurz was sammeln gehen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Kohle und Nitrat. Kohle hatte ich eben weggeschmissen, ne? Alles gut. Ist nicht schlimm. Ich fühlte, dass man sich wieder schneller bewegen kann. So. Bücher, Teile. Dann machen wir hier noch ne Porky-Kiste. Und hier machen wir noch ne Jule-Kiste. Wie geht? Adventure hast du gelesen, ja? Ich hab die jetzt einfach eben gelesen, aber es ist auch egal, wer die liest. Aber wenn du jetzt schon einige gelesen hast, dann nimm doch die anderen auch noch. Ja, kann ich machen. Ich hab eins gefunden, deswegen. Okay. Achso. Dann. Folgenende? Folgenende. Ja, wir müssen das Ding noch schnell leer machen gleich, ne? Ja, machen wir. Wir müssen das, bevor wir hier die Nacht verbringen. Ballern gleich in die Bude, machen alles kaputt. Genau. Dann, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.